Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich Schnetzeltis auf vielfachen Wunsch. Und jetzt geht's los. Als erstes braten wir erstmal die Zwiebeln und die Champignons an. Jetzt müssen wir erstmal die Zwiebeln anbraten. Dann unsere Champignons. Ich nehme die braunen Champignons, weil die sind aromatischer. Und weil der jetzt hier nicht so dreckig ist, muss ich die einfach nochmal kurz so abputzen. Und dann können wir den schon klein schneiden. Würzen müssen wir das Ganze natürlich auch noch mit ein paar Kräutern der Provence und Kräutersalz. Also wenn die jetzt rausnehmen wie hier, können wir die Flamme schon ausmachen. Und dann lassen wir die einfach noch so ein bisschen vor sich hin schmoren. So, jetzt braten wir das Fleisch portionsweise an. Das heißt, man nimmt hier einfach so eine Hand. Und wirken da rein. das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen das Ganze kommt jetzt erstmal in diese Schüssel hier und die nächste Portion das Ganze erstmal mit Bahner ab und die Gemüsebrillion kommt jetzt auch da rein jetzt kommen unsere Mehlschwitzer mit Sosa, Soße und dem Fleisch kommen jetzt unsere Pilze dazu und dann heißt es wieder umrühren abschmecken und fertig essen, weil geschnitzelt ist ich habe mir dazu ein paar Kuketten und Brokkoli gemacht und bei Lange eignen sich aber auch Kartoffeln oder Reis in diesem Sinne guten Appetit und bis zum nächsten Mal Ja! Applaus